Herzlich willkommen, hier sind wir wieder auf der 105. Seite des Buches zum V100-Podcast, des Episodenbuches. Hier ist der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Wir haben heute den... Den 15.04.2020 und vor 100 Jahren, Luis, hatten wir... Den 15.04.1920. Wer hätte es gedacht. Ja, es klappert und schüttelt auch wieder so vor Themen. In dieser Folge, wir haben zwei große Themen. Das eine ist der Ruheaufstand vor 100 Jahren. Dann haben wir auch die Niederschlagung des Kaputches. Dazu nochmal erwähnt, dann die USA, die etwas nicht unterzeichnet haben. Den Einmarsch von Franzosen. Wir haben ein geheimes Rollenspiel. Und Luis, du hast wieder Harry Graf Kessler. Ja, also die Folge baut sich auf wie immer. Wir erzählen euch, was von vor 100 Jahren in vier Wochen die wichtigsten Ereignisse sind. Jetzt erzählen wir euch nach. Wir haben zum Schluss den Teil über Harry Graf Kessler, den Elch mit den schönsten Augen in der Elchherde. Bevor wir damit aber anfangen, haben wir unseren Hausmeisterteil, den wir selber beschränken. Wie immer auch zwei Minuten. Denn Podcaster reden halt gerne über sich selber. Das ist ein Selektionsproblem in diesem Hobby. Und deswegen beschränken wir uns halt auch diese zwei Minuten, dass wir da nicht so viel wertvolle Zeit für die schönen Themen wegnehmen. Genau. Und lass uns den doch jetzt mal anfangen, Luis, mit den Hausmeisterthemen. Ja, Hausmeisterthemen. Wir sind natürlich nicht, sitzen uns gegenüber. Auch wenn wir die kritische Größe von zwei Leuten nicht überschreiten würden, nehmen wir remote getrennt auf. Ja, in derselben Stadt vereint, aber doch über Internet. Über den Äther müssen wir miteinander sprechen. Über den Äther, ja. Wir hoffen ja, dass wir jetzt im April 2020 den Höhepunkt der Corona-Krise gerade erleben. Aber man weiß es halt nicht. Ja. Und wir haben uns entschieden, eigentlich ist ja das jetzt die vorletzte Folge der aktuellen Staffel. Im Mai käme dann auch die letzte raus. Das wollen wir auch so lassen. Dann haben wir eine kleine Staffelpause. Und Luis und ich haben gerade zusammengesessen und haben abgesprochen, eine kleine Sonderfolge rauszubringen in der Zeit. Genau. Wir werden natürlich eine Folge, weil das passt ja auch gerade, über die spanische Krippe rausbringen. Die Vorbereitung dafür nehmen wir ein bisschen mehr Zeit weg als geplant. Daher wird es eine Sonderfolge, eine Sommerpause sein. Das heißt, ihr kommt jetzt in vier Wochen in Mitte Mai die normale Folge, noch mit den Ereignissen von vor 100 Jahren. Dann werden wir noch eine Folge aufnehmen, die sich nur zur spanischen Krippe, die sich nur da umdreht. Genau. Aber sonst geht es uns beiden gut, ne? Luis, dir geht es auch gut. Ja, uns geht es gut. Ich hoffe, euch auch, lieber Zeitreisende. Also ich habe schon gut Übungen. Wir waren ja in China, als es mit der Leuchte losging und hatten Probleme der Ausreise. Und durften dann in China vier Zeiten Wohnungen verbringen und hier vier Zeiten Wohnungen. Und es ging nahtlos über, dann wurde es jetzt hier schon, also hier auch losging. Also ja, gut. Es ist, wie es ist. Genau. Ja, ansonsten, ich glaube, Luis, das war es auch schon ein Hausmeister-Themen, die wir haben. Deswegen brauchen wir ganz dringend zwei Minuten. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Ereignissen von vor 100 Jahren. Gerne. Fangen wir an mit den Themen von vor 100 Jahren. Und zwar, wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Steffen, wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört mit dem Ende des Kap-Litwitz-Putsches. Genau. Das hat vier Tage gedauert und der endete am 17. März. Ja. Mit Ausbruch des Kap-Litwitz-Putsch hat die Regierung damals zum Generalstreik aufgerufen. Die Linken, die SPD, die KPD haben sich da mit angeschlossen und haben die Arbeiter zum Generalstreik mit aufgerufen. Es haben sich sehr viele angeschlossen. Das war ein landesweiter Streik und es zeigt sich, dass die Regierung, die Regierung unter Erhard, eine gute Idee hatte. Also die Truppen haben der Regierung, also der gewählten Regierung, die Gefolgschaft aufgekündigt und sind auf Berlin marschiert. Und das hatten wir in der letzten Folge. In der Lage hat man nur zwei Optionen. Entweder man hat eigene Truppen einzuverteidigen, dann bleibt man in der Hauptstadt oder man flieht. Und die haben sich fürs Fliehen entschieden, weil sie nicht genug zuverlässige Truppen hatten, sich zu verteidigen und haben zum Streik aufgerufen. Und der Streik unter anderem war so erfolgreich, parallel hatte der Putsch so wenig Rückhalt unter der Bevölkerung, dass nach vier Tagen Wolfgang Kapp und Walter Freier von Littwitz zurücktreten und auch am 17. März die Marinebrigade Erhard wieder durch das Brandenburger Tor Berlin verlässt. Genau, 17. März sagtest du ja und wir können jetzt mal, also wir haben uns in der letzten Folge sehr auf Berlin konzentriert. Was war da so los und haben erzählt, ja, die Leute mussten aus Pfützen sich Wasser holen und haben dort gestreikt. Das kam auch zu kämpfen. Und in dieser Folge gehen wir mal ein bisschen in den Westen des Deutschen Reiches ins Ruhrgebiet. Warum los? Richtig, weil da gibt es viele Arbeiter und das wurde zum Streik aufgerufen. Und die Arbeiter waren grundsätzlich unzufrieden mit ihrer Situation. Sie wurden von verhassten Freikorps unterdrückt und generell ist natürlich in den Arbeitern der Anteil der Befehlworter und der Arbeiterbewegung, also der kommunistischen Bewegung, sehr, sehr groß. Und so kommt es schon seit dem 15. März im Ruhrgebiet dazu, dass viele zu den Waffen greifen und sich mit bewaffnet gegen Freikorps und auch Polizeineiten zur Wehr setzen. Tatsächlich auch die Polizeineiten entwaffnen, diese Waffen an sich reißen und regelrecht kleine Armeen, Armee-Einheiten aufbauen. Ruhr-Armeen, rote Armeen. Vielleicht sollten wir nochmal darauf eingehen, nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Revolution und es war in gewisser Zeit nicht klar, wer jetzt die Oberhand behält. Das war einmal die ganz Linken gewesen, also die Kommunisten, und einmal die bürgerlich Linken, die Sozialdemokraten. Es wurde ja auch zweimal die Republik ausgerufen, als der Kaiser abtrat. Und hier an diesem Putsch beteiligen sich die Kräfte, die sich eine ganz Linke, eine kommunistische deutsche Republik erhofft haben und die sich in der Weimarer Republik nicht widergespiegelt fühlen, die sozusagen deren Hoffnungen an der Republik wurden enttäuscht. Und für die ist jetzt dieser Aufstand zum Generalstreik die Gelegenheit, richtig, richtig zu streiken. Die haben zum Glück, also sie haben das Glück, dass auch viele Veteranen in ihren Reihen sind und somit sehr viel Kampferfahrung vor Ort ist. Diese bewaffneten Auseinandersetzungen, die werden mit Handgranaten auch geführt. Die werden nicht nur mit Schusswaffen geführt, sondern auch mit Handgranaten, mit Maschinenpistolen. Das sind richtige Schlachten. Zum Beispiel die Stadt Rehmscheid, die wird von 1500 Soldaten belagert. Und auf der anderen Seite stehen 20.000 Arbeiter gegenüber, die nicht durchgehend bewaffnet sind. Und die haben gekämpft mit Maschinengewehr, Handgranaten und Geschützen. Und die Arbeiter haben diese Soldaten in die Flucht geschlagen. Diese müssen in die besetzte Zone der Briten flüchten und werden dort auch entwaffnet. Ja, klar. Das stelle ich mir auch seltsam vor. Die Briten haben Zonen besetzt und dann kommen da Soldaten an. Du denkst, wie kann man sich das vorstellen? Das frage ich mich so gerade. Du bist ein Brite und dann kommen Soldaten anscheinend auf deine Zone zugerannt. Die müssen sich ja irgendwie erkennbar gemacht haben, müssen vielleicht Flaggen geweht haben oder so. Sonst könnte das ja auch schnell missverstanden werden, wenn die dann mit ihren Waffen in die britische Zone kommen. Und das ist halt schon auch irre, Schlag auf Schlag. Am 17. März brach der Kappputsch zusammen, also der Putsch von rechts. Und am 19. März musste sich die Reichswehr aufgrund der militärischen Erfolge dieser Roten Armee im Ruhrgebiet aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Am 19. März, also zwei Tage später. Das heißt, ich würde halt sagen, die sozialdemokratische mehrheitliche Regierung oder die bürgerliche Regierung der Weimarer Republik und der Erhard ist in einer Sandwich-Position. Einmal die Putschs vom rechten Lager und jetzt so den bewaffneten Aufstand und den bewaffneten Streik vom linken Lager im Ruhrgebiet. Rechts konnte die Lage zum 17. März entschärft werden. Die Truppen sind abgezogen. Die Verantwortlichen wurden leider nicht zur Verantwortung gezogen. Und die Armee befolgt wieder den Befehlen der Regierung. Und was tut jetzt die Regierung mit diesen sozusagen Einheiten, die auf einmal statt Feinde wieder Befehle gehorchen? Was macht sie mit diesen Einheiten, Steffen? Ich würde erst mal auf einen anderen Aspekt gehen. Sie sehen sich, dass sie niemandem mehr trauen können. Sie können weder ihren eigenen Soldaten trauen, noch den streikenden Arbeitern. Und sie tun das Einzige, was sie erst mal machen können. Sie probieren mit den Arbeitern zu reden und zu fragen, was sind denn jetzt eure Forderungen? Ihr habt hier die Waffen zur Hand genommen. Ihr wollt anscheinend etwas anders machen in diesem Land. Was sind denn jetzt eure Forderungen? Und sie fangen jetzt an, mit den Arbeitern, was ja im Prinzip auch eine Art streikende Arbeiterschaft ist, zu sprechen. Und so kommt es dazu, dass sie tatsächlich auf einige Forderungen der Arbeiter eingehen. Unter anderem muss Gustav Noski zurücktreten. Der kam in der letzten Folge vor. Das ist der Wehrminister. Er hat auch damals Anfang des Jahres 1920 blutige Aufstände der Linken blutig niedergeschlagen. Und der muss jetzt zurücktreten. Auch soll nochmal über die Regierungsbildung neu gesprochen werden. Das Interessante daran, Luis, fand ich, es wurden nicht mit allen Vertretern von den Aufständigen im Ruhrgebiet gesprochen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, also dadurch kommt wieder sowas zustande, was man in der Geschichte sehr, sehr oft sieht, finde ich. Man ist der Meinung, man spricht mit einer Richtung, zum Beispiel hier in dem Fall den Linken. Es sind aber nicht alle linken Vertretungen dabei. Und demzufolge halten sich einige nicht daran oder fühlen sich nicht vertreten. Es kommt zu Streitigkeiten innerhalb der Bewegung und dann zum Chaos. Und genau das passiert auch hier vor 100 Jahren. Es wird verhandelt und es können Verhandlungsergebnisse erzielt werden. Nur wir haben es ja hier mit einer radikalisierten Arbeiterschaft, die im Weltkrieg kriegsabrobt ist. Und was die eigentlich wollen, ist eine Umsetzung des Kommunismus. Also die lehnen ja auch zum Teil die Weimarer Republik ab, genauso wie die Rechten. Genau. Und wie eben gesagt, es halten sich nicht alle dran, weil sich nicht alle vertreten fühlen bei diesen Gesprächen. Das heißt, diese Aufstände gehen weiter und somit muss jetzt das Deutsche Reich langsam überlegen, was es tut. Also wir gehen jetzt mal, was kannst du jetzt machen? Nun, du kannst deine bisherigen Soldaten, die teilweise gerade probiert haben, gegen dich zu putschen, kannst du nehmen und beten, sorg da mal für Ruhe. Was wahrscheinlich auch klappen würde, weil die ja eher aus der rechten Richtung kommen und jetzt hier eine linke Richtung niederschießen soll. Das machen die wahrscheinlich sogar gerne, also leider gerne. Du hast noch das weitere Problem, dass aufgrund der Bedingungen des Versailler Vertrags das Ruhrgebiet eine entmilitarisierte Zone ist. Sprich, da gibt es jetzt einen Aufstand und wenn du diese Daten da reinschickst, dann brichst du in den Versailler Fiends Vertrag. Genau. Es ist wirklich eine wirklich schlechte Situation. Also man hat da keine gute Option und ich bin persönlich sehr froh, dass ich da keine Entscheidung hätte treffen müssen damals. Weil da ist es, ich weiß, da gibt es keine wirklich gute Lösung. Also die haben erst diesen rechten Putsch abgewehrt. Jetzt will man natürlich nicht, es gab ja 1919 auch Räterepubliken von linken Ende, dass die, also wer möchte die bürgerliche Regierung nicht, das ist ein richtiger Armeeverband, die sich bewaffnet haben und die sich im Kampf gegen die Regierung befinden. Die wollen die natürlich aufhalten. Verhandlungen sind gescheitert. Was macht man jetzt? Ja, und die deutsche Regierung, die wendet sich an die Alliierten und fragt, ob sie trotzdem jetzt mit Truppen in dieses Gebiet reinmarschieren dürfen. Und was ist die Antwort? Die Franzosen vor allem, die sind damit nicht d'accord und sagen, naja, also das geht überhaupt nicht, ihr habt ihren Vertrag, daran müsst ihr euch halten, das ist eine entmilitarisierte Zone und demzufolge müsst ihr da einfach draußen bleiben. Und wenn ihr das macht, dann verstößt ihr gegen den Vertrag. Es kommt weiter zu Gesprächen und die Franzosen sagen, naja, okay, okay, okay. Es kann schon sein, dass ihr da wirklich bewaffnet rein müsst, aber im Gegenzug, also wir lassen, wir gestatten euch das, im Gegenzug möchten wir aber, sagen wir mal, fünf Städte von euch besetzen. Und das ist auch schon wieder eine Situation, in der man nicht sein möchte als Regierung. Also du kriegst zwar die Erlaubnis, mit Militär reinzugehen in diese Zone, musst aber den verhassten Franzosen, es war ja damals noch ein Feindbild, in fünf wichtige Städte sprechen. Und dazu kommt es tatsächlich auch, denn die deutsche Regierung kann nichts anderes machen, als mit Militär in diese Zonen reinzugehen. So glaubt sie. So glaubt sie. Und dann kommt es dazu, dass am 6. April, also am 2. April gehen sie rein in die Zonen und am 6. April, also vier Tage später, geht dann die Franzosen tatsächlich in fünf Städte rein. Sie marschieren ein um Frankfurt am Main, Dieburg, Darmstadt und Hanau sowie Hamburg und besetzen diese Teile. Richtig. Und das ist ein Alleingang der Franzosen, die von den anderen Alliierten stark kritisiert werden. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz auf diesem Einmarsch eingehen. Also wir haben diese entmilitarisierte Zone, das sind 50 Kilometer rechts vom Rhein, also auf der Frankreich abgewandten Seite. Und die Deutschen marschieren ein, weil sie glauben, handeln zu müssen. Am 2. April ist das der Fall. Und es marschieren 30.000 Mann mit schweren Waffen, Panzerzüge und Flugzeugen ein und schlagen diesen Aufstand nieder. Wir haben hier einen Zeigzeugenbericht von einem Studenten, der sozusagen bei seiner Kompanie die Saniererschlagung teilnahm. Ich würde das mal kurz vorlesen wollen. Gerne. Bin nun endlich bei meiner Kompanie. Gestern Vormittag kam ich zur Kompanie und nachmittags um 1 Uhr machten wir den ersten Sturm. Wenn ich euch alles schreiben würde, dann würdet ihr sagen, das sind Lügen. Pardon gibt es überhaupt nicht. Selbst die Verwundeten erschießen wir noch. Die Begeisterung ist großartig. Fast unglaublich. Unser Bataillon hat zwei Tote. Die Roten haben 20 bis 300. Alles, was uns in die Hände kommt, wird mit den Gewehrkolben zuerst abgefertigt und dann noch mit einer Kugel. Ich dachte, während des ganzen Gefechts an Station A, das kommt nämlich daher, dass wir auch zehn Rote Kreuzschwestern sofort erschossen haben. Von denen hatte jeder eine Pistole bei sich. Mit Freude schossen wir auf diese Schandbilder. Und wie sie geweint und gebetet haben. Wir sollten ihnen das leben lassen. Nix. Wer mit einer Waffe getroffen wird, der ist unser Gegner und muss dran glauben. Gegen die Franzosen waren wir im Felde viel edler. Ja, es gibt kein Pardon. Und das ist genau diese Stimmung, die da vorherrscht. Die Truppen gehen in diese Zone rein, schießen auf alles, was sich bewegt und einigermaßen eine Waffe in der Hand hat. Es kommt zu Massenflucht, weil alle in diesem Gebiet Angst haben vor den Soldaten. Und die Regierung sagt, dass man, sobald das alles vorbei ist, auch ruhig wieder zurückkommen kann. Aber auch das ist teilweise nicht ungefährlich, denn es kommt nach Rückkehr, also nachdem Leute wieder zurückgekehrt sind, auch immer noch zu Verurteilungen oder auch zu Erschießungen. Es gab auch militärische Standgerichte, also wie im schlimmsten, bedingungslosen Krieg. Da haben halt Offiziere sofort beschlossen, der wird abgeurteilt und der wird umgebracht. Hörtlich aus. Ohne Gerichtserfahrung und Verteidigung. Wir haben hier Zahlen, die sagen, dass auf Seiten der Reichswehr es 208 Tote gab und bei Sicherheitspolizei 41 Tote. Und es wird geschätzt, dass die Opfer bei der Arbeiterschaft weit über 1000 beträgt. Also so viel zu den Verhältnissen ungefähr. Richtig, und dabei kommen mehr sozusagen Tote durch Erschießungen, angeblich auch der Flucht ums Leben, als durch die Auseinandersetzung. Ja, also das ist schon eine heikle Stimmung. Ich muss dir mal überlegen, dieser Putsch von rechts, der hat ja nur ein paar Tage gedauert. Aber dieses Besetzen, dieser Ruheaufstand, der ging ja direkt zum, auch mit dem Kat-Lütfels-Putsch kann man sagen, los und geht, also das war so um den 15. März herum, und geht bis weit Anfang April hinein. Und da möchte ich echt nicht gelebt haben müssen in der Zone, in dieser Zeit, in dem Gebiet. Das muss reinster Chaos gewesen sein. Das war auch echt nicht einfach für die Regierung, die die Entscheidung getroffen hat. Also man hat einmal diese Truppen, die gegen einen rebellieren. Dann muss man mit denen irgendwie Argumente finden, verhandeln. Und dann kommen die Arbeiter von links und man kann auch die Arbeiter auch nur wieder aufhalten mit den Truppen, die man von rechts wieder beruhigen muss. Sandwich-Position. Hier ist trotzdem die Frage, ob dieser blutige Niederschlag unter Brechung des Versailler-Vertrags die beste von allen möglichen Optionen waren. Also Harry Graf Kessler findet das Vorgehen der deutschen Regierung, soviel sei schon mal gesagt, äußerst ungeschickt. Ja, ich meine, er hätte es wahrscheinlich sogar besser gewusst. Ja, natürlich, davon gehe ich aus. Harry Graf Kessler weiß es doch immer besser. Also er weiß es auch selber, dass er es immer besser weiß. Naja, okay. Und es passiert halt, dass die Franzosen diese deutschen Städte besetzen. Ja, und das ist die Lage von vor 100 Jahren. Also da ist viel, viel Ramazamba. Ja, ich möchte übrigens auch nochmal erwähnen, Anfang April, wir haben auch eine neue Partei, die gegründet wird. Und das fand ich auch wieder sehr, sehr interessant. Wir haben ja die KPD als Partei, die ja eine linke Partei ist. Und die KPD ist jetzt nicht gerade eine linke Partei, die gemäßigt links ist. Sondern man kann auch schon sagen, das war auch schon eine äußerst linke Partei. Und innerhalb der KPD gibt es aber Leute, denen ist das immer noch zu lasch, was die KPD macht. Und die müssen sich abspalten. Und so wird am 3. April die KAPD gegründet, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands. Und die wird gegründet, weil wir nämlich diesen Ka-Blütwitz-Putsch haben. Und die Regierung damals aufgerufen hat, wir sagten es schon mehrfach, zum Generalstreik. Die KPD damals war aber noch unentschlossen in den ersten Stunden, auch am ersten Tag. Und hat erst relativ spät aufgerufen zum Generalstreik. Und das haben sehr viele kritisiert, die dort waren in der Partei. Und so kam es zu Unruhen, zu Tumulten, zu Streitigkeiten. Und Tag aufhin hat man am 3. April sich sehr linksradikale innerhalb der Partei zusammengeschlossen. Zu einer neuen Partei namens KAPD. Auch diese Namen sind sehr innovativ. Ich möchte auch das Plakat von denen vorlesen. Also das Plakat von der KAPD zum Aufruf zur Revolution. Das ist sehr subtil. Ich lese nur die Überschriften vor. Proletarier, wir wollen nicht mehr. Unser Feind ist das Privateigentum. Unser Klassenziel ist nur das proletarische Gemeineigentum. Zerschlagt alles, was euch im Wege steht. Auch zum letzten Gefecht. Kommunisten vor die Front. Es lebe die Diktatur des Proletariats. Es lebe die Weltrevolution. Genau, die wollen sich auch gar nicht an dieser bürgerlichen Regierung beteiligen. Man könnte sagen, vor 100 Jahren werden Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, Politik vor 100 Jahren war noch einiges härter und auch gefährlicher, muss man wirklich sagen. Ja, das muss man ehrlich sagen. Es ist auch so, wenn man mit solchen Plakaten eine Partei aufruft, wird man der Weltfürst oder man kommt in die Vergessenheit oder man wird vergessen. Stell dir mal vor, so ein Plakat würde heute eine Partei machen, die im Bundestag wäre. Oder die einfach neu gegründet ist. Verschlagt alles, was euch im Wege steht. Wobei, ich glaube, es gibt auch solche Parteien. Sicherlich. Aber das war jetzt nicht gerade eine kleine Partei. Die KPD. Eigentlich ist es ja mit die KPD. Die KAPD. Das sind ja Mitglieder ursprünglich aus der KPD. Übrigens, die KPD, die hält doch nicht lange. Die wird dann schon bald wieder aufgelöst und alle verlaufen sich im Sande. Ich möchte sagen, mit der langfristigen Strategie ist das aber sehr überraschend. Ja, ja, ja. Also, ich wollte schon mal sagen. Ja, dann haben wir noch ein Thema in Amerika. Ja, bevor wir dazukommen, Luis, möchte ich gerne noch mit dir ein kleines Rollenspiel spielen. Oh. Denn ich war im Bundesarchiv wieder mal auf der Seite unterwegs. Ja. Wir verlinken das. Und die bieten ein Rollenspiel an, Luis, das ich jetzt gerne mit dir machen wollen würde. Und das nennt sich... Wie bietet das an? Nennt nochmal wer? Das Bundesarchiv. 100 Jahre Weimarer Republik. Also, ich möchte betonen, der Steffen lädt mich zu einem Rollenspiel ein, was das Bundesarchiv sich ausgedacht hat. Ich möchte dem Bundesarchiv nicht zu nahe treten. Aber haben die denn eine Kompetenz für Rollenspiele? Nee. Gut. Gut, dass wir uns da einig sind. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gut. Aber das Spiel nennt sich Spiel der Lebenswege. Ein Kriegshandkehrer sucht seinen neuen Platz in der Gesellschaft. Und das läuft so ab. Wir verlinken das. Ich gebe dir auch mal den Link, denn ich habe dem Luis das nicht vorher gegeben. Ich wollte, dass der das jetzt hier live macht. Das ist ein Experiment. Du findest das in unserem Konzept, Luis. Da kannst du mal draufklicken. Okay. So. Und das läuft jetzt so ab, dass es sind immer nur Bilder und kleine Textunterschriften. Ja. In welcher Situation du dich gerade befindest. Und dann kannst du immer zwei Wege einschlagen. Das fängt an. 1918. Der Krieg ist nur noch vorbei. Und du warst Soldat. Und jetzt kommst du sozusagen wieder nach Hause und stehst vor Chaos. Und kannst jetzt entweder sagen, ich möchte gerne das Alte bewahren und mich den Freikorps anschließen. Oder ich möchte was Neues wagen und mich der Revolution anschließen. Luis, und ich frage dich, welchen Weg gehst du ein? Darf ich Gegenfragen stellen? Ja, natürlich. Die Frage würde ich von meiner Herkunft abhängig machen. Hätte ich einen familiären Hintergrund von Habenixen? Wäre ich für Evolution, klar. Hätte ich einen Hintergrund von Leuten, die was haben? Wir sind der erfahrene Rollenspieler, Luis, und deswegen sage ich, du kannst deinen Charakter natürlich selber bauen. Okay. Also die Frage, okay, ich bin jetzt vom Krieg, ich bin jetzt illusioniert und das System, was diesen Krieg ermöglicht hat und auch viel zu lange laufen lassen hat und vor allen denen, die diesen Krieg auch verloren hat, darf nicht weiter bestehen. In diesem Land muss sich was ändern. Also gehst du das neue Wagen in Revolution. Ich sage, ich bin Revolution. Meine Eltern sind SPD und KPT-Stammmitglieder und wir sind Proletarier mit Stolz. Und diese elitären Schnösel, die einfach nur erben und nicht arbeiten gehen, die haben es nicht verdient. Die Meld muss sich ändern. Wir brauchen die klassenlose Gesellschaft. Gut, dann klickst du jetzt mal auf den Button, das neue Wagen Revolution. Unser Feind ist das Privateigentum. Ich sehe, Luis ist voll in der Rolle. Unser Klassenzieher ist nur das proletarische Gemeineigentum. Revolution. Genau. Und wenn man jetzt raufklickt, also auf Revolution, etwas Neues wagen, dann kommt das nächste Bild, die nächste Entscheidung. Und jetzt ist hier ein Bild zu sehen von Soldaten, die durch das Brandenburger Tor fahren und jubeln. November 1918. Der Kaiser hat uns verraten. Die Lage an der Front ist katastrophal. Die Nachricht aus der Heimat bedrückend. Es herrschen Krankheit, Hunger und Elend. Vier Jahre haben wir für Kaiser und Generäle geblutet. Umsonst. Weg mit dem alten Preußentum. Weg mit dem Militarismus. Die uns nur Leid gebracht haben. Wir gehen zurück in die Heimat und bringen die Revolution für Frieden und Brot. Doch welcher Weg ist richtig, Luis? Ich frage dich. Republik oder Rätesystem? Ich würde jetzt sagen, Nationalversammlung Deutschland eine Republik ist eher ein demokratischer Ansatz und das Rätesystem ist ein sehr undemokratischer Ansatz. Das sagt mir jetzt mein Bauchgefühl. Jetzt ist wieder die Frage, bin ich in diesem Rat drin und darf entscheiden, dann bin ich sehr für das Rätesystem oder ansonsten bin ich wie in der Nationalversammlung? Das ist die Frage, Luis. Was macht deinen Charakter? Okay, mein Charakter ist SPD und KPT-Urbeglied und er liet er für das Gemeindeigentum. Er ist der Meinung, dass die Weisheit der Proletarier, der Kampf für das Gemeindeigentum, besser ist für alle und dass alle anderen ist, auszuziehen. Und er wählt den demokratischen Weg über eine verfassungsgebende Nationalversammlung. Deutschland sei eine Republik. Also gehen wir da rauf und wir kommen zur nächsten Entscheidung. Keine Angst, das geht nicht lange. Nationalversammlung Deutschland eine Republik. November 1918. Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen. Es lebe die Deutsche Republik. Gestern rief Scheidemann diese Worte vom Reichstag aus der Mitte zu und heute schon sitze ich hier mit 3000 Genossen im Berliner Zirkus Busch und berate über die Zukunft der Revolution. Also Luis, du hast es weit gebracht. Fast schon zu einfach ging alles bis jetzt. Der Kaiser hat sich davon gemacht, Gegenwehr war kaum vorhanden. Sorgen machen wir eher Liebknecht und seine Leute. Gestern ruft er seine eigene Republik aus, aber hier lässt er sich nicht blicken. Nein, die Revolution muss den demokratischen Wahlen enden, bei denen alle über ihre Zukunft abstimmen. Mir ist klar, dass unsere Republik noch sehr zerbrechlich ist. Ob sie wirklich eine Zukunft haben wird? Und jetzt Luis, jetzt kommt wieder eine Entscheidung. Du kannst jetzt entscheiden, welchen Weg gehst du. Streik, Kampf für die Republik oder Ernüchterung, Ende der Revolution? Seid ihr Tollköpfe? Soll das Spiel so weitergehen? Wollt ihr langsam verrecken wie die Hunde? Proletarier, wir wollen nicht mehr. Unser Feind ist das Privateigentum. Streik, Kampf für die Republik. Also, Streik, Kampf für die Republik, Luis, geht rein. Du kämpfst also weiter. Es ist jetzt März 1920. Also jetzt befinden wir uns in der Zeit vor 100 Jahren. Es gibt noch mehr. Okay. Legt die Arbeit nieder. Streik, schneidet dieser reaktionären Clique die Luft ab. Kämpft mit jedem Mittel für die Erhaltung der Republik. Die Konterrevolution marschiert auf den Straßen Berlins. Und wir Genossen sind die einzigen, die sie aufhalten können. Die Regierung ist geflohen. Die Armee gehört selbst zu den Putschisten und weigert sich einzugreifen. Das einzige Mittel, das wir noch gegen die Generäle Kapp, Lütchwitz und Ludendorff haben, ist ein Generalstreik. Nach fünf Tagen ist der Spuk vorbei, beendet. Aber wie soll es jetzt in Berlin weitergehen, Luis? Noch bin ich hin- und hergerissen zwischen Optimismus und Skepsis. Du kannst entscheiden. Skepsis, Demokraten in der Defensive oder hast du Hoffnung? Nicht am Ende des Tunnels? Ich weiß, dass es sozusagen... Also, Lenin ist mein Papst. Marx ist mein Engels. Marx ist mein Engels. Ja, und deswegen Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels. Also, Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels. Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels? Nun, Dezember 1923. Was für ein grausames Jahr für unser Vaterland. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Zuerst sind im Januar diese elenden Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschiert. Dann begann die Inflation erst so richtig. Ende des Jahres hatten wir dann noch die Linksregierung in Sachsen und Thüringen, die zum Glück beseitigt wurden. Auch die Reichsregierungen wechseln fast wöchentlich. Gerade ist Gustav Stresemann als Kanzler zurückgetreten, bleibt aber als Außenminister in der Regierung. Vielleicht wird er Veränderungen bringen. Also, das ist jetzt Dezember 1923, die Zukunft von vor 100. Und Luis, damit sind wir am Ende dieses Rollenspiels Spiel der Lebenswege. Was sagst du zu diesem Spiel? Also, man muss sich das Ganze mal vor Augen halten. Also, wir haben jetzt, in der Zeit von vor 100 Jahren, wir nehmen auf im April 2020. Und wir haben hoffentlich den Hochpunkt der Corona-Krise. Das weiß man natürlich erst später. Und gleichzeitig gibt es Bundesarchiv, versucht sich und finde ich ziemlich gut im Spiele-Design. Also, das gibt es schon eine Weile online. Das ist nicht jetzt erst freigeschaltet worden, möchte ich dazu sagen. Ich finde trotzdem, dass wir in einer schönen Zeit leben. Das heißt, es ist skurril schön und interessant. Das passiert sehr, sehr viel. Und ich finde das Spiel wirklich gut gelungen. Ich habe es wirklich gerade zum ersten Mal gespielt und nie gesehen. Steffen hat mich nicht gewarnt. Ich habe ja dieses Werbeplakat der KAPD, die wir gerade hatten, habe mir da die Sprüche, so im Baukastensystem, zusammengesetzt jetzt. Und ich finde das ein sehr gelungenes Spiel. Und lade alle Zeitgenossen und Zeitreisende herzlich ein, dieses Spiel zu spielen. Wir werden das in der Folge verlinken. Ja, also man kann auch andere Wege einsteigen. Ich habe das mal testweise durchgemacht. Doch, die rechte Seite ist natürlich auch möglich. Kann man alles machen. Und guckt es euch mal an. Das ist wirklich, ich finde es auch gut gelungen. Wenn ihr das spielt, überlegt euch den Charakter und versucht, im Charakter zu bleiben. Also zu sagen, ich habe eher so einen Gutsherrn, bin eher so ein adliger Militarist und habe einen Hut in Ostpreußen. Der würde wahrscheinlich andere Abstimmungen treffen, als jetzt jemand aus Duisburg, der Arbeiter ist. Genau. Und ich würde sagen, Luis, lass uns damit den hohen Aufstand mal beiseite legen. Und zu dem eigentlichen Thema kommen, das du jetzt schon angeschnitten hattest. Die USA, die haben etwas nicht gemacht, Luis. Die USA, die haben und hatten doch hebliche binnenpolitische Auseinandersetzungen. Das war heute so und das war vor 100 Jahren auch so. Wobei die Person im Präsidentenamt doch vor 100 Jahren, naja, lassen wir das Thema. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Jedenfalls, ich sehe es natürlich so, der Friedensvertrag zu Versailles wurde halt in Paris nicht geeinigt. Jetzt ist es natürlich so, dass der Typ, der im Versailles unterschreibt, der ist ja jetzt nicht der, also gerade bei demokratischen Ländern, das ist ja jetzt nicht der Fürst oder der Kaiser oder so, der einfach so ein Frieden unterzeichnet werden kann. Der Frieden muss immer in den Parlamenten der jeweiligen unterzeichneten Länder ratifiziert werden. Und eins dieser Länder ist die USA. Und die hatten jetzt die Aufgabe, diesen Friedensvertrag zu ratifizieren. Steffen, was ist passiert? Das ist bei den Amerikanern immer sehr interessant. Man möchte betonen, also der Friedensvertrag von Versailles hat ja erheblich die Idee von Wutrow-Wilzsen mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völkern und den Völkern, das sind ja alles die Ideen von Wutrow-Wilzsen, die da halt rein waren. Da konnte ich natürlich nicht direkt 100 Prozent umsetzen, aber ich glaube schon, dass die USA am meisten den Friedensvertrag von Versailles strategisch entschieden haben. So, und jetzt passiert das, die müssen abstimmen. Was machen die? Ja, also dazu möchte ich mal sagen, das ist eine ganz schöne heikle These, die du da aufstehst, weil ich finde die Franzosen da auch ganz, ganz maßgebend in dem Versailles-Vertrag mit drin. Aber, äh... Okay, Steffen widerspricht mir. Bitte verfrügelt mich nicht so sehr in den Kommentaren. Ja, also würden wir uns erst gegenüber sitzen, Luis. Ich hätte dir jetzt einen kalten Teebeutel an die Wacke geklatscht. Ja, gut. Okay, aber zurück zum Thema. Ja, genau, die USA mit dem Völkerbund und das Deutsche Reich hat ja damals 1918 sich immer wieder darauf berufen, dass wir möchten gerne den Friedensvertrag haben, auch weil wir die Idee, der Wutrow-Wilz hatte ja so einen 14-Punkte-Plan, sehr gut finden. Und es kommt sehr viel von diesen 14 Punkten in diesen Friedensvertrag rein und die USA ratifizieren diesen Friedensvertrag jetzt aber nicht. Das wird in dem Parlament, wird es abgelehnt. Und ein Grund ist, dass dieser, also es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um das Ding zu ratifizieren. Und im Parlament sitzen aber sehr viele in der Opposition, nämlich die Republikaner. Und die Zweidrittelmehrheit kommt nicht zustande. Man kann sich auch vorstellen, wie sehr Republikaner auch die Idee finden, einen Völkerbund zu gründen und Kompetenzen aus Amerika in diesen Völkerbund sozusagen zu übergeben. Da muss man auch mal gucken, woher die USA eigentlich kommt. Dann vor dem Eintritt der USA in den Weltkrieg, sie sind ja relativ spät erst eingetreten, gab es ja schon so eine Art Abschottung, also so eine Art Isolationismus der USA. Also sie wollten jetzt nicht sehr viel in die Politik, in diesen Weltkrieg sich eigentlich politisch mit verflechten und haben es dann aber doch gemacht. Jetzt kommt es zum Friedensvertrag, den sie nicht ratifizieren, den ablehnen und ein Stück weit jetzt wieder in diese Rolle zurückfallen, in der sie vor dem Kriegseintritt waren. Also man muss einfach mal sagen, die lehnen den Friedensvertrag ab, das ist halt schon, und treten ordentlich in den Völkerbund bei. Wir lachen, das ist natürlich aber... Es ist ein artes Stück. Es ist halt überhaupt nicht witzig, weil allein schon der Völkerbund dann ad absurdum ist, wenn die Amerikaner da nicht mitmachen. Also das wären so, also die, die, also ich hätte die ja so einen kalten Teebeutel an die Wange geklatscht. Und die haben einfach alle Teebeutel, die sie hatten, den ganzen Weltkriegsparteien einfach mal an die Wange geklatscht. Also es gibt in den US, genau, es gibt sozusagen einen Feind, Wilson, das ist Henrik Cabot Lodge, Henrik Cabot Lodge. Und der formalisiert gegen den Völkerbund und sämtlichen übersehlichen Engagement der USA und diesem Herrn Lodge, den müsste man mit kalten, ollen Teebeuteln bewerfen. Ja, genau. Also so viel dazu. Hat denn Harry Graf Kessler dazu auch was geschrieben, Luis? Dazu hat er nichts geschrieben, interessanterweise. Er hat sehr viel geschrieben über den Putsch, aber nicht dazu. Apropos, der geilste Elch in der Herde. Harry Graf Kessler. Ja, wollen wir mal zu ihm kommen. Was hat er denn so in dein Tagebuch geschrieben? Ja, und zwar, er war im Gegensatz zu den vorigen Folgen, also erstmal vielleicht was zu sagen, Harry Graf Kessler. Ja, wer kennt die nicht? Nein, also der war im Ersten Weltkrieg in der Schweiz. Das ist ein sehr vermögender, sehr eitler und sehr nobler Herr aus Deutschland, der in seiner Kindheit viel gereist ist, der ein weltweites Netzwerk hat. Und der, der sozusagen, nee, erstens zwei, der sich dann, weil er auch so international beheimatet ist, dann beim Ausbruch des Krieges für Deutschland entscheidet. Die ersten zwei Jahre, als er da an der Ostfront kämpft, maßgeblich und dann in die Schweiz gesendet wird, um für die Mittelmächte Propagandaarbeit zu betreiben. Er kriegt noch ziemlich viel Budget dafür, um gleichzeitig sein Netzwerk zu nutzen, um Kontakt ins Ausland zu knüpfen, um zu ermitteln, unter welchen Bedingungen man den Frieden schließen könnte. Weil im Krieg wurde ja nicht miteinander geredet und irgendwie muss man ja inoffiziell den Kontakt halten und da war er mit beteiligt. Und er ist ja bekannt als Tagebuchschreiber. Es gibt eine ungekürzte Ausgabe seiner Werke, er schreibt in vier Sprachen parallel, Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch. Und die Orthographie des Originals ist erhalten mit seinen Fehlern von vor 100 Jahren in diesem Ausgabe und die Sprachen sind auch nicht übersetzt, nicht mal mit Fußnoten. Ja, und davon, und das sind zehn, das sind glaube ich neun Bände und ich habe jetzt ein Band davon, nämlich das Band Nummer sieben. Das sind auch tausend Seiten in so schönen roten Line eingebunden. Wir haben mal irgendeine Folge dazu gemacht darüber und wir haben halt in jeder Folge eine Sektion, wo wir halt erzählen euch in Echtzeit, was dieser Herr von vor 100 Jahren denn gemacht hat. Und vor 100 Jahren war er in Bern. Es geht los, in diesen zwei Wochen seines Lebens, also dass er mit einer Freundin monatlich 1500 Franc organisiert, um zehn deutsche unternährte Kinder, die krank seien, noch zu retten. Die werden in Lucano verpflegt. Also zehn Kinder. Richtig. Also da wird in der Schweiz sozusagen Entwicklungsarbeit für verhungerte deutsche Kinder betrieben. Ja, also ist das jetzt viel oder ich kann mir das jetzt wertmäßig nicht so gut vorstellen, würde ich sagen. Also zehn Kinder, das klingt jetzt so, als ob er die persönlich kennen würde. Also wie bekommt man auf zehn Kinder, die man versorgen will? Aber darauf wolltest du jetzt glaube ich gar nicht hinaus. Nee, ich wollte es jetzt einfach nur mal nennen, um dafür ein Gefühl zu bekommen, alles gut. Gut. Ich habe das... Trotzdem Nobel von ihm. Genau, das ist Nobel. Zehn Kinder zu ernähren ist auf jeden Fall keinesfalls etwas, das man super... Das ist schon viel. Also er erzählt einige Tage später über jemand anders, der sozusagen sich wegen 10.000 Franken Schulden am liebsten erschießen würde. Und ich weiß, wie sein Leben weitergeht. Also das ist schon ernsthaft viel Geld. Okay, krass. Ja, gut. Aber was macht er da jetzt so in Bern? Na, also er kümmert sich um die Kinder, weil er schreibt ja nichts Privates. Also er sammelt ja nur Sachen, die er von weltgeschichtlicher Wichtigkeit erachtet, um später seine hochwichtigen Memorien zu schreiben. Memorien zu schreiben. Und deswegen erzählt er dann halt von diesem Support für dieses Kinderheim und fährt dann... Also am 16. März ist er noch in Bern, 15, 16, das ist Montag und Dienstag und fährt dann an dem Mittwoch und der Woche nach Lugano. Wie gesagt, Lugano ist halt auch so ein ganz furchtbarer Ort, wo man nicht sein will, glaube ich. Und trifft dort wahrscheinlich aus dem gleichen Grund auch den Richard Kühlmann. Richard Kühlmann, Steffen, sagt dir das doch was. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Ich habe zufällig gerade vorhin nachgeguckt und ja, also es hat ja schon geklingelt beim Namen, aber ich muss nochmal nachgucken. Es war der Staatssekretär vom Deutschen Reich von August 1917 bis Juli 1918. Also sowas, so eine Art Außenminister. Genau, das war der Außenminister. Hieß halt nur anders. Und der war halt mitten im Ersten Weltkrieg für ein Jahr da, 17, Sommer, 17 bis Sommer, 18 war der Außenminister. Und als der Krieg losging, war das Iago. So hieß der Typ. Gottschlieb von Iago. Der Reichskanzler hieß Betmann von Holweg. Gottlieb von Iago war der Außenminister und der Kaiser war Wilhelm II. Und die treffen sich natürlich halt in diesem furchtbaren Ort Lugano, wo keiner sein will. Und Harry Graf Kessler von Kühlmann, übrigens immer furchtbar, hat ihn als durchschnittlichen, unbegabten Menschen beschrieben mit Schmissen im Gesicht. Um das richtig zu stellen, ich glaube, das war jetzt verwirrend. Also nur Kühlmann und Harry Graf Kessler treffen sich. Iago, Wilhelm II und Bettmann-Holweg treffen sich nicht. Die hast du jetzt nur genannt, weil sie gleich eine Rolle spielen werden. Ja, richtig, genau. Also genau, die drei waren halt eine entscheidende Position auf deutscher Seite, als der Krieg losging. Und was macht man denn, wenn man so in Lugano, in der Schweiz, ja kennt das nicht, so einen ehemaligen Außenminister trifft? Man fragt ihn, wer denn, man diskutiert über die Kriegsschuldfrage. Und die Hauptschuld am Kriege misst Richard Kühlmann Berlin zu, daneben Russland. Wer aber in Berlin den Krieg gewollt habe, habe er nie recht herausbringen können. Als ich, also ich, Harry Graf Kessler, sagte, Kaiser, Bethmann und Iago seien alle drei unentschlossene Leute gewesen, entgegnet Richard Kühlmann, drei unentschlossene Leute reichen doch aus, um eine unfassbare Katastrophe herbeizuführen. Ja, das ist schon mal eine Aussage von einem Außenminister. Der muss ja auch die Gedankengänge kennen von dem Land, das er repräsentiert und auch von dem Machthaber. Und das nicht mal er ausmachen kann, wer da jetzt eigentlich genau was wollte und auch sagt, dass das auch schon ausreicht, um Krieg zu bringen, das ist schon mal eine Aussage. Richtig. Und man muss bedenken, dieses Tagebuch hat der Harry Graf Kessler nicht geschrieben, um das später zu veröffentlichen. Dafür sind seine Memoarien, die es nie gab, es gedacht. Also das ist schon ziemlich authentisch. Also als er das geschrieben hat, wird er das schon so gemeint haben und auch so gehört haben. Natürlich gibt es immer Irrungen, dass er vielleicht was missversteht oder sich selber zu wichtig nimmt. Das kann ja auch passieren, aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Qualität, die wir hier haben dafür. Und dann sprechen sie so ein bisschen übereinander und Harry Graf Kessler fasst nochmal seine Karriere aus seiner Sicht zusammen. Das ist immer sehr, sehr schön. Zusammenfassend meint Dick Hühlmann von seiner Karriere, er habe immerfort Maßnahmen und politische Direktiven ausführen müssen. Zum Beispiel Bagdad-Bahn oder Presley-Tovs ist zufrieden mit Russland, die er missbilligte. Darin liegt wohl auch das Geheimnis seiner Indifferenz und schließlich katastrophalen Einwirkungen auf die deutsche Geschicke. Das Kapp-Abenteuer missbilligt er natürlich, meinte aber, bei der allgemeinen Weichheit und Waschlappigkeit unserer Politik würde den Hochverrätern kein Haar gekrümmt werden. Ich sonne mir seine Worte merken, kein Haar. Er selbst würde sie allerdings ohne Bedanken an die Wand stellen. Er hatte recht. Eintrag vom 18. März. Also da war das noch nicht klar. Ja, er hatte recht. Wir haben es ja in letzter Folge erwähnt. Den Putschisten ist nicht wirklich ein Haar gekrümmt worden. Der Einzige, der eine Haftstrafe bekommen hatte, war der Traugott. Das war zum Ausbruch des Krieges der Polizeipräsident von Berlin. Und der stand auf einmal beim Kapp-Putsch auf einmal wieder auf der Matte. Und ist somit als Einziger richtig verurteilt worden. Ist aber auch später begnadigt worden. Genau, ich springe jetzt ein paar Tage zu diesem ganzen Personalbestand, das diesen Kapp-Putsch sozusagen durchführt, hat er auch eine Meinung. Und zwar, das Jetzt wirft auf das damals ein geradezu entsetzenderregendes Licht. Wir sind politischen Idioten und Abenteurern nicht großen unglücklichen Generäen zum Opfer gefallen. Also er sagt halt, diese Leute haben ja den Krieg maßgeblich geführt. Auch Ludendorff war daran beteiligt. Über Ludendorff sagt er, Ludendorff singt zum genialen Fachidioten, der gleichzeitig ein rücksichtsloser Warbon-Spieler war, herab. Das militärische Äquivalent des deutschen Professors, der aus Fachversessenheit jede ethische Bindung abstreift. Ja, den Verstand verliert. Eine tragisch-komische Figur als Mittelpunkt der Handlung, wo es um Sein und Nichtsein ging. Wow, das hätte ich aber nicht erwartet, dass der ehemalige Staatssekretär Kühlmann sowas sagt. Nee, 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 das sagt der Harry Graf Kessler. Ah, okay, ja, von Harry Graf Kessler erwarte ich sowas schon. Ja, genau. Also quasi für ihn ist, sie erkennen zwar diesen Putsch, quasi wie schlecht dieses Personal ist, was diesen Krieg aus deutscher Seite geführt hat. Weiter besichtigt er in Lugano natürlich das Kinderheim. Da sind 52 arme deutsche Kinder, die hier als Kriegsruinen, also er bezeichnet diese Kinder als Kriegsruinen. Oh, das ist ein interessanter Ausdruck für Kinder. Zitat, Blockadeopfer im Grunde schrecklicher als die Toten auf den Schlachtfeldern. Wow. Dann schreibt er, dass sie die Päschen ein Bild der Arbeiteraufstände zeichnen. Er hat das Problem, dass natürlich keine Zeitungen verfügbar sind. Die Zeitungen werden nicht mehr zugestellt für den Putsch. Ist auch immer so ein interessanter Detail, die man sonst nicht so mitbekommt, wie sich das auf Zeitgenossen auswirkt. Und man hat da eigentlich vorgehabt, auszureisen. Und ist natürlich jetzt schwierig, wenn das Heimatland da rumgeputscht wird und links und rechts Sandwich und Schreik hier, Bürgerkrieg da. Ist schwierig. 100 Jahre später hat man ein Coronavirus und traut sich auch nicht mehr vor die Tür. Also das kennt man, das Problem. Oder ich war halt in China, als das da losging. Das war mit der Ausreise auch nicht so einfach. Und jetzt bei der Frau Chinesin und mit der Rückreise nach China ist es auch nicht so einfach, wenn wir das jetzt hier haben. Ja, man kennt das. Also das ist nochmal eine andere Größenordnung. Aber ja, es ist immer so schwierig, wenn man nicht so richtig weiß, was los ist mit dem Reisen. Und wir gehen so weiter. Ja, genau. Also Zitat zu den Franzosen, jetzt schon vom 7. April, die jetzt natürlich diese deutschen Städte besetzen. Zitat. Die Franzosen haben gestern Frankfurt besetzt. Sie spielen sich mit widerwärtiger Heuchelei als Verteidiger der deutschen Arbeiter gegen den preußischen Militarismus auf. Andererseits ist die deutsche Regierung in dieser ganzen Ruhrangelegenheit von einer beispiellosen Ungeschicklichkeit gewesen. Sie hat alles getan, um nach allen Seiten Vorwände zum Misstrauen gegen sich auszusehen. Das ist, habe ich hier noch irgendwas, nee, das sind jetzt so die wichtigsten Zitate. Also die Feder vom Harikraff Kessler ist gut geölt und wird fleißig auf Papier. Es ist wirklich ein Faktor 20 größer, den Mengen an Mommons, die er in sein Buch kritzelt. So viel zu Harikraff Kessler, dem Elch mit dem schönsten Pelz in der Elcherde. Das hast du schön gesagt, Luis. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge, oder? Ja, das ist es auch, würde ich auch sagen. Und dann freuen wir uns in vier Wochen mit der nächsten Folge von Verhundert, wo wir den Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai 2020 euch erzählen werden. Vielleicht einen kleinen Teaser. Es gab ein Abkommen, was die Gebiete, die Grenzen im Nahen Osten geregelt hat, die heute immer noch gelten. Ja. Und das ist dann übrigens auch schon nächste Folge, die letzte Folge der aktuellen Staffel. So schnell sind wir tatsächlich. Ja. 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 Dann wieder Zeitreisen. Dann wünschen wir euch alles vor allen Dingen, bleibt uns, bleibt gesund. Und vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.